So Leute, weiter geht's hier wieder mit Ratchet & Crack in Time auf einem der vielen Monde im Kortus-Sektor, weil auch hier gibt es wieder einen Zoni für mich zu holen. Wenn ich den habe, gibt es wieder ein cooles Upgrade für die Aphelion. Und da wirst auch du mich nicht daran hindern, du komischer Stinker, du. So, also, Constructo-Flinte, take this! And this. So, zwei Schüsse und der ist hin, ist ja schon Stünfe 2. Also im letzten Bad ist ja jetzt nicht so viel Spannendes passiert, aber ich habe mir halt noch mehr Zoni geholt und einen Reader 5-Holoplan auf Torrent 4, weil ich ja jetzt den Omni-Sogger habe und den brauche ich hier eigentlich eh auch schon wieder. So, aber was habe ich damit jetzt eigentlich vor? Was kann ich damit jetzt machen? Das sieht mir nicht so aus, als hätte ich da jetzt Wasser aufgesorgt, das ist glaube ich irgendwas anderes. Aber das geht ja hier hinten auch noch wohl an. Ja, heiße Oberflächen müssen erst gekühlt werden, um Schaden zu vermeiden. Ach so, okay. Ja, hier. Ist ja viel zu heiß. Ja, dann ist das vielleicht auch irgendwie so eine Kühlflüssigkeit, die ich gerade aufgesogen habe. Sehr geil. Super, super praktisch. So, und drehen, drehen, drehen. Aha, okay. Das ist eine coole Idee, was man alles mit diesem Omni-Sogger sonst noch zu machen kann. Das ist ein vielseitig verwendbares Ding. So, und die Konstruktorflitte ist auch vielseitig verwendbar, das sind gerettet Schmerzen. Und noch mehr Schmerzen. So, ich glaube, der Zoni ist eh schon hier drin, oder? Oder auch nicht. Hallo, Zoni, wo bist du? Wo steckst du? Ich habe dich doch gesehen, du musst doch hier irgendwo sein. Kann aber, glaube ich, nicht mehr weit weg sein. So, äh, Omni-Sogger. So, bis hier läuft der Zoni-Suche wirklich sehr, sehr gut. Wieso habe ich noch jeden gefunden und erwischt? So. Und hier wieder drehen. Und noch mehr Plattformen aus der Lava holen. Genau. Schwupps. Zack. Ach, halt doch die Schnauze. Man stirbt einfach. Und tot. Das kommt davon. Wenn man das Maul zu weit aufreißt. Das ist ja praktisch, dass der Omni-Sogger unendlich Munition hat. Also, den benutzt man halt so oft, bis man irgendwas anderes aufgesorgt hat. So lange hat man den halt. Und da ist der Zoni und, ähm, ihr geht mal jetzt mal halt sterben. Komm her, mein Kleiner. Sehr schön. Das war die Nummer 24. Mal sehen, was es jetzt für ein Upgrade wieder gibt für die Aphelion. Aufrüstung. Polaritätspanzerung. Diese Schießpanzerung der Extra-Klasse ist perfekt für lange Reisen durch gefährliche Ecken der Galaxie geeignet. Sehr geil. Ja, seht man, jetzt haben wir 300 Lebenspunkte. Das heißt, unser Schill ist nochmal stärker geworden. Also jetzt kann es ja überhaupt nichts mehr passieren. Jetzt ist ja alles supi. 300 ist einfach besser als 200. So, das da vorne sieht, glaube ich, wieder so ein Feindlichusschiff aus. So, war ich da ganz da hinten überhaupt schon mal? Bei dem Mond hier? Das sieht so abgelegen aus. Nee, achso. Blödsinn, das ist das Planet Lumos. Das hat damit jetzt nichts. Oder nee, das hier. Nee, Koto Sigma. Hier gibt es eine Konstruktmodifikation. Hier lande ich nochmal ganz kurz. Das will ich haben. Ich will hier alles holen, was geht. Alles. Also, kommt nur her. Ich will 25 von denen umbringen, das ist ja kein Problem. Und Mr. Zug kann so auch seinen Spaß haben. Was für Opfer. So, Friess. Oh, Vorsicht vor diesem Nibel da, weil sonst kommen die ja in den Rampage-Modus. Das wäre nicht so toll. Und ich habe solche Angst vor euch. Nicht. So, natürlich möchte ich modifizieren. Ah, mal wieder für die Mega-Konstruktor-Bombe eine andere Ladung habe ich gefunden. Und zwar Druckwelle. Diese Brandsatz-Modifikation erzeugt mithilfe eines Terrashock-Impuls-Senders für Schalldruckwellen bei jeder Explosion. Geil. Unbedingt ändern. Sehr schön. Wunderbar. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier kurz zu landen. Ging auch ganz rasch. So. Wo ist der Affelien? Die ist hier hinten. Und wieder wegfliegen. Was man hier alles finden kann. Das ist so geil. So. Und da ist halt wie gesagt, das ist Zanifar. Das sieht so eigenartig aus mit diesem Nieland-Hit. Braucht ihr schon wieder bei Hilfen? Was ist hier? Hier war ich ja auch noch nicht. Kortus Beta. Sorry, Leute. Ich will alle Zoni haben. Deswegen lande ich auch hier noch. Also keine Sorge. Zanifar läuft mich schon weg. Ja, so. Ach, kein Problem. Ah, und Dämonen kann ich mich auch noch erinnern. Da muss ich immer wieder solche Sicherungen rausreißen, dass halt diese ganzen Dinger hier deaktiviert werden. So, komm, ich will das Ding auf Stufe 3 haben. Schmeckt den Mut für mich dazu, komm. Zoni. Zoni. Zoni ist auch... Achso, ja, sicher ist ein Zoni. Hier, Mensch. Den suche ich ja auch. Wo ist denn der Zoni überhaupt? Ich glaube, der ist eh wohl da... Da oben dann, hm? Da hier kann ich ja nicht wirklich was machen. Äh, die haben so komische Leute. Diese Agoreaner. So. Boah, fiesen Schild. Die können auch nicht leise sterben. Die müssen jedes Mal irgendwie so... Die irgendwie so komische Schwachsinn von sich geben. So, was muss ich jetzt hier bitte machen, um nur an den Zoni ranzukommen? Ich muss doch hier irgendwie rauf. Aber wie? Wie soll ich das machen? Muss ja noch irgendwo was anderes sein, was ich deaktivieren kann. Aber das ist alles innen. Das kann ich von hier leider nicht. Deaktivieren. Ja, ganz schön doof. Warum nicht? Warum kann ich ja nicht einfach meinen Kinetik-Selfen ballern? Das geht halt nicht. Mann, geht die Felix-Leise-Sterne. Das ist ja nicht zu aushalten. Ja. Das ist nervig. So. Voll in den Rücken schossen. No. So. Gleich ist das Ding auf Stufe 3. Dauert gar nicht mal mehr so lang. So, aber trotzdem. Wie kriege ich den Zoni hier? Ich will ihn haben. Ich will alle Zoni im Spiel finden. Ahn, jetzt lassen wir doch mal in Ruhe. Sehe ich hier gerade echt auf dem Schlauch? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss oder tun kann. Ich meine, was ich tun muss, ja, aber wie soll ich das machen? Hier. Das habe ich ja rausgezogen, weil hier bin ich ja gelandet. Und alles andere ist aber hier so komisch eingeschlossen. So. Das ist ein komisches Sendemaß oder was immer das sein soll. Ich muss irgendwie hier auf diese verdammte Plattform drauf. Aber wie? Ah, oder wartet mal. Ah, genau. Wartet mal. Mit dem Haberstiefel hier einfach rüberspringen, wenn es gehen würde. Aber es geht ja nicht. Und vielleicht eher von hier, weil das ist höher. Nee. Das muss man machen. Das gibt es doch nicht. Ich komme hier nicht hin. Und du. Hier. Geht nicht. Das geht nicht. Was soll der Quatsch? Ich komme hier nicht weiter, Leute. Was ist das für ein beschissener Mond hier? Ich kann mir überhaupt nichts machen. Was soll das? Oh. Hier. Das geht einfach nicht. Und hier komme ich aber... Ah, Moment. Ah. Hier war ich ja noch gar nicht drin. So. Überraschung. So, vielleicht komme ich ja jetzt weiter. Sorry, dass ich das nicht gleich gefunden habe. Aber hier. Was ist das eigentlich? Du hast eine Omni-Dichtung gefunden. Ah. Okay. Eine Omni-Dichtung. Ja. Wie ist das so schön? Egal, wie dicht du bist. Goethe war Dichter. Aber das ist hier, glaube ich, auch viel am Platz. Aber wo soll ich denn das Ding jetzt hinbringen? Hä? Wo muss das hin? Das ist eine sehr gute Frage, wo das Ding eigentlich hin muss. Hier? Nee. Ich will hier nur... Sorry, Leute. Aber ich will das jetzt hier... Ich will das hier schaffen. Das muss ja auch irgendwie gehen, dass man an den Sony da rankommt. So, vielleicht hier drüben ist das noch mal so ein Gebäude. Oder ist das jetzt genau das Gleiche? Nee, das ist noch mal... Das ist noch mal dasselbe. Toll. Verdammt noch mal. Wo muss ich hin? Ich hasse das. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll das? Was muss man jetzt hier machen? Wo gehört diese komische Dichtung? Wo muss die überhaupt hin? Wo gehört die hin? Mir sagt ja keiner was. Hier. Hä? Keine Ahnung. Soll ich wieder von selber rausfinden, oder wie? Soll der Quatsch. Ihr wollt mich doch alle verarschen. So groß ist der Mond ja auch wieder nicht. Irgendwo muss dieses Ding doch rein. Aber wo? Wo zur Hölle? Muss das hin? Oh, nee. Wester, Wester. Pfeff ich jetzt drauf? Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nö. Leck mich. Kein Bock mehr. Mach ich mal anders mal. Ich weiß nicht, was man hier jetzt machen muss. Ist mir jetzt scheißegal. Ich will jetzt endlich. Pfeff jetzt auf den Zonen. Da würde ich mal anders mal. Ich will jetzt endlich nach. Äh. Eh schon wissen. Nach Zanifa. Was ist das hier schon wieder? Oh. Der hat glaube ich wieder Probleme. Ja. Dass ich mich je über einen Fremden so freuen würde. Bitte du musst mir helfen. Die Batterie war zu meines Chefs Freunden. Kannst du mich zum Depot bringen? Ich bin zu allen in Bowles. So. So. 6.000 Bowles. Na klar kann ich den Bowles gut gebrauchen. Danke Fremder. Bin bereit zum Eindocken des Heils. So. Wieder eine Transportmessung. Ich schleppe den Müllschlepper nach Hause. Bitteschön. So. Wo ist denn das jetzt? Hier hinten. Dann. Wo wollte der jetzt hin? Ich glaube der muss da hin. Weil das Blaue das ist ja. Das ist ja Zanifa. Da will er sicher nicht hin. So. Wären wir hier sicher auch wieder angegriffen hätten. Oder nicht. Nein. Ich konnte das Depot diesmal ohne Probleme. Meine Reserven reichen von hier aus bis zum Depot. Vielen Dank Fremder. Das war jetzt überhaupt nicht schwer. So. 6.000 Bowles. Sehr schön. Gut. Haben wir auch geschafft. Nein. Aber sorry. Das mit dem einen Mond. Vielleicht kann mir das selber irgendwer erklären. Und bitte ab da mit den Kommentaren. Was man da machen muss. Wo man diese komische Sicherung hinbringen muss. Oder wie man da überhaupt weiterkommt. Weil ich persönlich weiß es jetzt wirklich nicht. Und deswegen geht es jetzt weiter nach Zanifa. Endlich. Auch wenn der Part jetzt eigentlich schon wieder fast vorbei ist. Leider. So. Benutze das Schissseil mit Dingen. Die Tombly-Barriere hier zu überwinden. Die Orbital-Barriere. Das muss man jetzt einfach wegziehen. Das heißt, ab hier braucht man mindestens schon das Schiff selber. Sonst kommt man hier nicht durch. So. Zanifa. Hier gibt es eine Konstruktumodifikation und zwei Zonen. Also bitte landen. Meine Sensoren zeigen eine unbekannte Annalie. Ändlich der Annalie von Kratos. Keine Angst. Du bist diesmal nicht dabei. Okay, Clank. Wo ist jetzt dieses Zeitportal? Das ist natürlich eine gute Frage. Aber das müssen wir halt selber finden. Ja, so ihr seht. Zanifa ist ein Eisplanet. Ist auch mal eine nette Abwechslung. Hatten wir bisher noch nicht. Und ist glaube ich auch ziemlich groß. Was ich in Erinnerung habe. Oder doch nicht. Gucken wir mal Karte. Ja, doch. Ein bisschen größer. Der Tombli-Vorposten. Ist doch etwas weitläufiger. Gut. Das grüne da ist glaube ich mein Ziel. Da vorne ist noch ein Waffenhändler. Und ja. Es gibt natürlich auch hier wieder. Einen Reader 5 Holoplane. Werde ich mir natürlich auch holen. Aber alles zu seiner Zeit. Und jeden einzelnen von diesen grünen Kristallen. Kann man hier auch kaputt hauen. Um noch ein paar extra Bolz zu bekommen. Und das sind doch wirklich ziemlich viele hier. So. Pollenpflanzen lassen. Explosive Knollen auf feine Regen. Aha. Ja genau hier. Wow. Das tut sicher weh. So Fries. Leider voll die Zuckungen hier. Stier. So. Hast du gestern die Folge von Horncop gesehen? Denen fällt auch nur noch Müll ein. Stimmt. Die Szene wo Horncop das Auto in Brand setzt. Und gemütlich weg geht. Während es explodiert. Er hat sich nicht mal umgedreht. Also nicht. Welche Lebensform würde sich nicht umdrehen? Das war sowas von unlogisch. Die unterhalten sich da echt über die Fernsehserie auch nicht schlecht. Ich habe immer das Gefühl, dass die Roboter hier nicht so ganz so hell sind. Eher etwas lang lief. Aber naja. So. Alles kaputt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen Stilpunkt bringt. Weil manchmal bringt das wirklich einen Stilpunkt, wenn wir irgendwo alles kaputt machen. Zum Beispiel auch auf Quantos könnte ich, wenn ich da nochmal zurückfliege. Wenn ich da dann im Fungiedendorf da alles zerstöre. Also sämtliche Behälter und Kisten und alles. Dann kriegt man da sogar wirklich noch einen Stilpunkt. Der dann glaube ich sogar heißt irgendwie furchtbarer Urlauber. Oder irgendwie so ganz komisch. Oder das können wir überhaupt mal kurz checken. Weil ich habe ja schon einige. So hier unter Extras haben wir hier Stilpunkte. 275 Stilpunkte habe ich schon. Ich habe hier mit Rückfahrkarte. Besiege einen Fein mit der Spirale des Leids, während die Energiespirale zurückkehrt. Dann hier uneingeladener Gast. Besiege 50 tanzende Feinde. Dann Geräte haben wir hier. Dickkopf. Donnere auf Haferstiefeln durch 100 Kisten. So. Dann haben wir hier noch bei Können Flieger. Erledige 20 Jäger ohne getroffen zu werden. Dann Zerstörung. Einmal magische Kugel. Besiege zwei Feinde mit einer Kugel. Fluglombax. Besiege 50 Feinde, während das Spiel in der Luft ist. Und Negativ Ghost Rider. Schieß fünf Transport ab, bevor sie ihre Passagiere absetzen können. So. Dann hier im Zollerwald. Kaltblütig. Erledige 100 Zufrieden im Zollerwald. Genau. Das andere ist entsässlicher Tourist. Da müsste ich halt eben, wie gesagt, dem Funguidendorf alles kaputt machen. Dann würde ich diesen Sielpunkt da bekommen. So. Dann haben wir hier agoreanische Arenaplex einmal abgefangen. Schnappe eine agoreanische Bombe aus der Luft. Und es fliegt die Nusel zu. Bewältige eine komplette Arenaplex-Arausforderung auf Haferstiefeln. So. Gut. Krellcanyon habe ich beides nicht. Axiom City auch nicht. Und hier auf dem Molo-Lotfeld haben wir Caden Zone. Absolviere den Haferstiefelbocken unter 45 Sekunden. Bela-Sektor. Nicht abschwerfen. Keine Aspekte für den Toten. Kottosekter der Samariter. Füllungs-Sektor. Ich glaube mir wird schlecht. Und Jäger und Sammler. Und die große Uhr zwei, weil zeitweiliger Pazifismus. Super hier an alles Gute kommt. Und keine Zeit. Habe ich aber dabei auch noch nichts. Naja. Egal. Und ansonsten wie gesagt. Die sind eben für Cheats da. Wir hätten hier zum Beispiel einen Ultrakryon-Minenwehr von US-Sapfen. Sind cool. Aber habe ich ja sowieso noch nicht. Und die gute Affiliate und Anpassen muss ich ehrlich gesagt nicht. Das ist Just for the Dolls. Und wir haben hier auch die ersten Grafikentwürfe von Quest to Booty. Die werde ich irgendwann auch mal zeigen. Aber Leute. Jetzt würde ich wirklich gerne mal den Part beenden. Den eigentlichen Planeten Sanitar werden wir halt erst im nächsten Part erkunden. Da werde ich sicher auch den einen oder anderen Part brauchen um hier alles zu erledigen. Aber der Planet war wirklich ziemlich cool. Vor allem weil wir hier eben mit dem Zeitportal natürlich in die Vergangenheit reisen müssen. Das ist richtig geil gemacht. Also bis zum nächsten Mal wieder bei Ratchet & Clank. A Crack in Time. Und falls irgendjemand weiß, was ich auf diesem einen Mond da machen muss mit dieser komischen Dichtung da, wo ich die hinbringen muss. Und wie ich an den Sony rankomme. Dann bitte, bitte schreibt es unbedingt in die Kommentare. Weil ich weiß es wirklich nicht. Also danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.